Musik Für diese Rumpfübung stellst du dich beispielsweise hinter einen Stuhl, der stabil und rutschfest stehen muss. Halte dich an der Lehne des Stuhls fest und gehe einen Schritt zurück. Umso weiter du vom Stuhl entfernt stehst, desto schwerer ist die Übung. Hier kannst du also nach deiner Kraft variieren. Du solltest nun etwas schräg stehen. Hebe die Fersen vom Boden ab. Der Körper ist fest wie ein Brett. Nun beugst du die Arme und streckst die Arme wieder. Diese Bewegung wiederholst du sechsmal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020